moin leute was geht hier ist wieder der geist heute möchte ich euch zeigen wie die star wars challenge abschließen könnt in der ihr entweder mit dem lichtschwert eine stormtrooper töten müsst oder aus 100 metern entfernung ich würde euch das zweite empfehlen leute aus 100 metern entfernung das ist wesentlich einfacher und zwar landet ihr hier bei steamy stacks wie ich am besten direkt hier wenn nicht leute geht ihr weiter sucht euch eine fernkampf waffe ideal wäre eine ar oder eine sniper so hätte ich jetzt keine meistens habt ihr das auch schon direkt da unten so gucken was hier ja perfekt perfekt leute so jetzt einfach hier oben drauf ihr geht einfach hier nach oben leute nimmt eure sniper und zielt ganz in ruhe und schießt den einfach ab ich denke mal das war jetzt 100 meter ich denke das waren 100 meter leute leider habe ich den nicht getötet weil die anscheinend mehr als 100 hp haben egal das ganze dann noch einmal und tot ist ja da seht ihr es stormtrooper aus 100 meter entfernung erledigt falls euch das video gefallen hat leute lasst doch ein like da ein abo wäre nicht schlecht vergesst nicht mein creator code geist im item shop einzutragen dass wir auf jeden fall sehr korrekt von euch ansonsten bis zum nächsten mal mach's gut 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 Vielen Dank.